Hallo, mein Lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Äh, Bottle Story Smell. Okay, wir kriegen hier einen Cube. Der Sound war laut. So, was aktiviert? Ach, das deaktiviert... Das, alles klar, das ist schon mal gar nicht mal bad. Dann kann ich nämlich... Ja, was kann ich jetzt machen? Ich könnte jetzt erstmal hier rüber gehen. Mach ich mal kurz. Was aktiviert... Das aktiviert... äh, deaktiviert das. Okay. Jetzt bin ich hier. Das bringt mir nichts. Okay. Ups. Ich hab kein paar Lacks. Warum hab ich denn ein paar Lacks? Weiß ich nicht. Ähm... Okay, ich geh nochmal hier raus. Ich würd ganz gern einmal dort rüber. Au. Das geht, okay. So. Das deaktiviert das dort. Okay. Ah, hier krieg ich noch einen Cube, wie es aussieht. Okay. Dann hol ich mir den mal eben. Würde ich sagen. So. Den muss ich jetzt... ...irgendwie hier durchkriegen. Was jetzt aber auch, glaube ich mal, gar nicht so eine... ...faire Sache sein dürfte, oder? Jetzt krieg ich den Cube schon mal. Oh. Aber das ist doch gar nicht mal schlecht. Dann bekomm ich den Cube jetzt hier rauf. So, brauche ich jetzt... ...nur noch mit dem Cube hier einmal kurz... ...hier durchgehen. Wäre jetzt hier. Dafür muss ich das einfach nur wegmachen, genau. So, jetzt ist das alles deaktiviert. Aber ich brauche ja einen Cube für da. Oh, warte mal. Okay. So, jetzt hätte ich einen Cube für hier. Und das dürfte doch jetzt auch schon reichen, ne? Muss ich noch kurz einmal dort rüber. So. So. Und hier durch. Und hier oben brauche ich nochmal beide Cubes. Alles klar. Aber... Aber... ...s dürfte machbar sein. Hier durch kann ich nicht schießen. Da habe ich auch keinen Cube mehr drauf, ne? Dann brauche ich zuerst den... Ich glaube, das... Ja. Zuerst den Cube dort. Und... ...warte mal. Ja, hier ist nochmal so ein Feld. Das heißt, ich nehme einfach mal erstmal den Cube hier mit. Bring den nachher hier oben. Jetzt hole ich mir den Cube auf... ...dem Feld. Ja, alles klar. Hat doch gut funktioniert, würde ich meinen. Zack. 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 Oh! Ähm, ups. So. Nächster Test. Gib ihm mir! Der Test eben ging ganz schnell, ne? Merk ich grad. Nice! Oh, das ist wieder so ein Test. Ähm. Ich geh mal kurz erstmal hier hoch. Das deaktiviert das alles. Aber den Cube kriegen wir ja dafür. Das ist schon mal nett. Hopp! Nice! Den legen wir jetzt erstmal hier rauf. So. Dann brauche ich das. Und das. Und komme auf diese Seite hier. Das zerstört doch auch nur Menschen, ne? Scheiße. Oh, kacke. Okay. Nochmal. Kurz hier rüber einmal. Kurz rüber. Haha. Aber dann kann ich das ja ganz easy holen eigentlich. Warte mal. Mach ich das mal einfacher. Zack. Und zack. Und schon kann ich mir den Cube mit hier rüber schleppen. Genau. Genau. Das deaktiviert das alles. Oh. Oh. Okay. Moment. Dafür brauche ich jetzt diesen Strahl hier hinten. Au. Mach ich das mal so und so. Jetzt brauche ich das orangene Portal. Dann komme ich nämlich jetzt wieder hier rüber. Ach, ich kriege hier nochmal einen neuen Cube. Fertig mir gerade auf. Okay. Brauche ich den denn? Ja, klar brauche ich. So, aber ich brauche safe wieder beide, oder? Ne. Oh. Das war einfacher als erwartet. Ich kann ja nicht durchschießen. Stimmt. Moment. Ah. Du hast öffnet die Tür. Was öffnet das? Oh. Oh, ein Cube. Okay. Hey, Moment. Moment. Ich muss den da hinstellen. Irgendwie. Besten hier so. Damit ich jetzt erstmal das ausmachen kann. So. Jetzt. Ah. Nochmal. Hups. Oh. Hier? Ja. Oh. Ähm. Ich muss kurz einmal überlegen, wie ich... Wie mache ich das denn jetzt? Ja, das geht natürlich auch. Aber... Ach, warte mal. Das geht auch. Kann ich doch jetzt den Cube einfach mit rüber nehmen. Ja, das bringt mir jetzt nichts mehr. Warte mal. Ich brauche noch einen Cube. Ha. So. Jetzt mal bitte... Kannst du dich mal nicht drehen? Okay. Er dreht sich trotzdem. So. Wenn ich jetzt das Portal dahin und das Portal dahin mache... Ups. Dahin. Damit öffnet sich jetzt das hier. Aber jetzt muss ich hier irgendwie... Hinkriegen, dass sich das da öffnet. Dann muss ich das Portal hier hin machen. Dann öffnet sich das ja auch. So. Aber auch nur jetzt. So. Und jetzt? Warte mal. Ne, das geht ja nicht. Ich kann da oben ja kein Portal hin machen, ne? Irgendwo hier. An die Seite? Ne, das geht nicht. Was geht das denn? So. Zack. Kann ich jetzt erstmal hier durch. Jetzt einen neuen Cube erschaffen lassen. Und wir können durch. Alles klar. Das war... verwirrender als erwartet. Aber naja. Wir haben es ja geschafft. Gingen ja noch. Ladebildschirme. Ich liebe sie Leute. Ich liebe Ladebildschirme. Nice. Einfach weiter. Okay. Okay. Kann ich hier... Ja. Kann ich. Okay. Brauche das. Und... Geht das? Höher. Geht nicht. Ah doch. Jetzt. Okay. Hm. Warte mal. Was macht der hier denn? Boah. Errungenschaft. Burned in Goo. Was hat mir das jetzt gebracht? Oh. 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 Moment, ich brauche also... Jaja, das fliegt jetzt nicht mehr hin, ne? Doch. Ja, ich brauche... Diesen Würfel nochmal, bitte. Mann, dieser Würfel ist irgendwie... Kannst du dich mal drehen, meine Güte? Irgendwie hier hin? Ja, er aktiviert das gerade, alles klar. Guck mal. Warte mal. Ich krieg das ja so hin, ne? So und... Irgendwie so? Ja, Mann! Detail Mind Achievement. Hallo? Wo? Ah! Ich dachte, man kann da runterfallen und da irgendwas noch, irgendwie Secret finden oder so. Aber nein. Ja. Als ob ich jetzt diesen Test gelöst habe und es nicht mal nötig war, diesen Test zu lösen. Was? For real? For real? Okay. Oh. Oh. Das habe ich jetzt angemacht. Jo. Bin ich jetzt durch? Ah, okay. Ach komm. Echt jetzt? Okay. Okay. Kann ich hier unten noch was machen? Nein. Ich muss also wieder zurück. Und dann durch das Portal gehen. Hallo. Tschüss. Cube. Oh. Nein. Nein. Er ist kaputt. Oh. Nein. Der Cube. Okay, er hält das so durch. Okay. The human offices are up those stairs. There are no cameras in this part facility, so Aegis won't be able to trap us. Still, we've got to take him out if you want to leave this place. Anyways, if you go through the offices, I'll go through the service areas. Okay. Hang in there, baby. Haha. Geil. Okay. Hm. Sieht ja interessant aus hier, ne? Kann ich da? Nein. Okay. I... Like... Worth? I just hate... My boss. I work. I just hate my boss. Okay. Okay. This computer is experiencing a critical error. Okay. Cool. Ich würde sagen, wir gehen nochmal weiter. Obwohl, das machen wir den nächsten Part, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein. Und dann... Ja.